Musik Vor einer Woche haben wir die letzte Seite bei der Druckerei abgegeben. Und heute, eine Woche später, dreitags in der Messe Karlsruhe, haben wir schon tausend Seiten Katalog in der Hand. Finde ich ziemlich gut. Musik 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 Der Jadatura Tech-Katalog, das ist für uns ein sehr wichtiges Objekt, Produkt. Auch der Kunde hat ja eine sehr große Auflage von 250.000 Exemplaren und das dann in sechs Sprachversionen und wird europaweit versendet. Wir liefern zum Beispiel direkt an diese Empfänger, die uns Touratech vorgibt, gehen direkt, so diese Stückzahlen, die dann dafür benötigt werden, vom GGB direkt zum Empfänger. Der Jadatura Tech-Katalog, das ist für uns ein sehr wichtiges Objekt, das ist für uns ein sehr wichtiges Objekt. Wir sind hier in Karlsruhe auf der Faszination Motorrad. Die erste Messe 2010, auf der unser brandaktueller neuer Katalog vorgestellt wird. Ich halte ihn hier mal hoch, wenn mir das noch gelingt. Er ist 1.100 Seiten stark, in fünf Sprachen lieferbar und jeder, der ihn in der Hand hält, der reinschaut, wird erkennen, was für ein Aufwand dahinter steckt. Was unser Team geleistet hat, um diese 1.100 Seiten, wenn ich das mit den Sprachen zusammenrechne, diese 5.000 Seiten zu bearbeiten. Es ist sehr, sehr viel Neues drin und wir haben einige Sachen rausgenommen, die sonst im Katalog waren. Dafür haben wir einen neuen Katalog kreiert. Er nennt sich Timeless und ist für die ganzen Motorräder, die eigentlich nicht mehr in Produktion sind, die aber für Reisen natürlich nach wie vor extrem gut geeignet sind. Also hier drin findet man dann Zubehör für 1.100, 1.150 GS, für Honda Afrika Twin, für die R100 GS, für andere Modelle, die einfach im Moment nicht mehr produziert werden. Nicht vergessen, wenn ihr auf eine der nächsten Messen kommt, ihr könnt auch dort den Streetline-Katalog für dieses Jahr mitnehmen. 300 Seiten für Straßentourer. Also das Ganze wird sich für jeden lohnen, auf einer der Messen, auf denen wir noch ausstellen, vorbeizuschauen. Im Internet gibt es immer aktuell die Messen in einer Tabelle, auf denen wir unsere Sachen zeigen. Ihr seht dort Touratec. Ihr könnt Touratec anfassen, ihr könnt mit uns reden, ihr könnt von Reisen erzählen, ihr könnt unsere Informationen abrufen. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr vorbeischaut. Wir möchten mit euch sprechen, wir möchten euch zeigen, was wir hier alles an Zubehör, an Ideen haben. Und wir möchten euch von unseren Reisegeschichten ein bisschen zeigen, was wir so im Laufe des Jahres gemacht haben. ...